Der zweite Teil, 360 Grad, hier heute am Strand an Nexodos. Ihr seid mit dabei und könnt alles noch ein bisschen genauer sehen. Vorne, hinten, oben, unten, links und rechts. Ja, der Sprung von Las Palomas hierher mit der Realität. 24 Grad zeigt das Thermometer. Bei uns im Campo International waren es 26 Grad. Was ist heute hier los am Strand? Gibt es hier Wellen? Ich sehe hier überhaupt keine Wellen jetzt, aus dieser Entfernung. So, alles mal ein bisschen langsamer, entschleunigt sozusagen das Strandleben hier. Einfach mal ein bisschen eintauchen. Ja, die rechte Seite, das haben wir ja neulich gemacht. Jetzt gehen wir die linke Seite. Also hier sind gar keine Wellen zu sehen. Überhaupt kein Vergleich wie Mas Palomas heute. Vielleicht hat sich das ja auch in den Mittagsstunden gelegt. Kann ich euch nicht sagen jetzt. Das Wasser ist so glatt, das kann man gar nicht glauben. Den Unterschied, und das sind jetzt gerade mal zwei Stunden und ein paar Minuten von Mas Palomas, wo ich angefangen habe, nach Nexodos. Das Wasser ist so glatt. Dann kann ich meine Liebe. Okay, dann kann ich mich nicht sagen. Ich bin mal drei Stunden aus. Ja, ich bin morgens da, ich bin da. Ich bin dann sicher, ich bin da. Ich bin jetzt mal ein paar Stunden, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. So, die Bilder sprechen für sich. Man muss da nicht viel erklären, ihr seht selber, gegessen, getrunken, Mittagszeit. Das Bier schmeckt schon um die Mittagszeit. So, weiter geht's, auch wenn's mal ein bisschen eng wird. Ja, diese Geschäfte hier, die chinesischen Edelboutiquen, wie man sie nennt, wenn die nichts verkaufen würden, wird's sie nicht geben. Also... So, jetzt geht's mir hier wieder ein bisschen besser, ein bisschen mehr Luft zum Atmen. So, und der Strandzugang hier, der ist gesperrt. Hier wird gearbeitet, hier sieht man jetzt, ist zu. Dann gehen wir ein Haus weiter. So, auch da vorne Baustellen, da wird der Hang sozusagen hergerichtet, dieses ewige Schandfleck, wie man ihn betitelt hat. Deswegen haben wir hier jetzt viele, viele Baustellen und Container. Aber irgendwann werden die damit auch fertig werden. Das war die Taube, die wollte sich auf die Kamera setzen. 14.35 Uhr, das Meer spiegelt glatt hier, kein... Also wenn mich jemand gefragt hätte, ich sollte wetten, dann hätte ich gesagt, ganz sicher auch Wellen. Ja, und ihr mit 360 könnt nach oben blicken und alles sehen. Hier ist der Abholpunkt für die Zubringerbusse der Hotels und Anlagen. Das war die Zubringerbusse der Hotels und Anlagen. Ja, irgendwas habe ich gelesen in den Kommentaren von Badeverbot. Ich kann euch aber sagen, hier ist es nicht, nein. Die Sportboote, die sind still heute, da ist nichts zu sehen. So, und jetzt machen wir mal ein kleines Päuschen. Ich nehme die andere Kamera. Ja, und die... Das könnt ihr sehen, was ich jetzt mache. Ich bin jetzt unterwegs mit der anderen Kamera mit der Pocket 3. Und habe aber immer noch am Kopf die 360-Grad-Kamera. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch noch in einer anderen Perspektive sehen. Nur zum Vergleich. Wir haben ein bisschen Windgeräusche, denn ich habe für dieses, für die Kamera jetzt kein externes Mikro. Also leichter Wind. Der kommt jetzt aus dieser Richtung. Und deswegen drehen wir uns auch jetzt ganz schnell wieder in die andere Richtung. So, der Blick hier nach San Agustin Richtung Las Palmas. Das ist doch ganz schön bewölkt hier. So, und ich nehme euch jetzt noch ein bisschen mit. Und zwar Richtung, ja, Rückweg San Fernando. Und ja, da könnt ihr sehen, wie ich unterwegs bin. Nämlich so. Mit dem Fahrrad. Ja, die Technik macht es möglich. Wir machen das Ganze natürlich jetzt ein bisschen langsamer. Jetzt schaltet sich gerade die Kamera hier ab. Wir sehen selber der Hang. Der bekommt jetzt schon ein bisschen, wie man beim Friseur sagt, Fasson. Die Palmen bleiben natürlich bestehen. Schweres Gerät steht da. Die Mauern, die Stützmauern werden komplementiert. Und irgendwann wird es auch fertig werden. Frage kam, wann wird endlich der neue Markt fertig, der Wochenmarkt? Geplant war es Oktober letzten Jahres. Und es wird jetzt Juli kommenden Jahres werden. Also, ein bisschen Zeitverzögerung. Ja, so interessant ist das jetzt hier natürlich auch nicht. Ja. 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 Ja, nein takeaways ja. Ja, das so. Ja. Ja, nein. bisschen weiter mit der seite der straßenseite ein großes bier 3 euro fashion point jawohl diese geschäfte die stimmen teilweise nicht mehr mit diesen dekoläden aber der stimmt mit den läden überein so und jetzt möchte ich mich dann auch verabschieden mit der realität für heute und sagen vielen dank fürs dabei sein und ihr könnt noch ein video extra sehen wer möchte und zwar dieses video am strand heute am strand gesehen mit den wunderbaren wellen das ist extra separat es ist zu lang sonst kann ich nicht bei der realität mit dazu ich sage danke und hasta luego